Ja, Tiere, ihr geilen Malaka da draußen. So, wo sind wir denn sehen geblieben? Familie, Krieger, Göttin in die Felle. Wasser, Udine, Wacken und was. Ah, da habe ich auch noch nie weiter geguckt. Und die Serie D, sprich mit Rittos. Hier dreht die Arena und ein paar Kopfgelder. Vielleicht noch 3 Tage Zeit habe ich noch nie viel geschafft. Gut, ich glaube. Genau hier war was, genau. Ich erinnere mich. Ihr Bild des Tages. Dann gehen wir mal hier hin. Was muss hier rauskommen? Ja, keine Annahme. Hm. Hat sich gerade mal so im Zwischen angehört. Irgendwie. Der Stufe nach oben ist immer gut. Mal unten auskennen. Ah, ja. Ich habe in der Kirche noch auf die Maske kenne. Alle brauchen wieder. Wer oder wir brauchen, ich habe das Schöne. Schöne Däume. Schöne Däume. Ja. Ja, das andere ist 260. Ja. dunkel draus jetzt vertreten bin ich da rennt man ein bisschen vorne nice alle umgeritten kann sich schon reiten könnt euch mit mir anlegen wenn ihr wollt falls ihr das überlebt soo soo oder eine quest gut dann reiten wir rüber und weiter bergab ist immer gut aha ok so sie werden mich suchen ich muss vorsichtig sein mit da oben also ein bisschen halt hier pass mal wir machen dass man die spacken tut scheiß mit 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 einmal ich denke schon wenn ich ihn auf die metze und sagen sie schlafen und hier steht ja das habe ich noch nie gesehen oh ja voll ins gesicht das ist mal gut das ist ein dicker scheiße da wo bist du da wo bist du da wo bist du da ach die tafel ist ja ok gut äh die anderen beiden sachen sind ja da oben da haben wir doch schon alle da haben wir doch schon alle äh du bist inneres feuer gut gut dann denke ich mal dass das da ist gießen oh zeig mal her den helmen den persern äh krieger für alle äh ja damit sehen wir doch ein bisserl gefährlich aus so das wird ja die quest hier sein ne so weiter hier schwimmen wir mal darüber vielleicht kann ja mal die quest vielleicht aktivieren ähm jetzt bin ich eine äh sparta eine spartanische spartanisch kersische kriere bildnerin ach na gut ein bisschen ist noch ja ruine von allen äh der icarus sonst mal was du so mit zwei kisten anscheinen ein bisschen kann ich noch tauchen wir mal runter und wie wir sehen okay der schatz gehört nicht mit dazu oh ist ein schmetter ich brauche einen schlüssel jetzt so der schlüssel dahinten hier es auch nicht nach beim aber Ok, kann man uns irgendwie teleportieren? Ne, besser nix. Doch hier. Doch aus der Nähe. Gut, dann runter. Jetzt muss man über das Stehlenstück genau. Jetzt muss ich wahrscheinlich über den Berg auf der anderen Seite. Ich bin da ein Hirsch. Der Krieg aber unter mir da eingegangen. Dann sieht es aus wie ein Feuer. Feuer schreit. Hier ist was. Muss das für die Leute hier nicht komisch sein? Ich gehe da durch diesen Eingang dann durch. Hält auch nicht auf, ne? Hier, dann schauen wir was der gute Epi zu sagen hat. Jo, moin. Dein Hinweis war richtig. Ich habe ein Stehlenstück gefunden. Und dazu noch einen Teil der Rüstung. Zu jedem Rüstungsteil muss es ein Stehlenstück geben. Aber warum? Dieser Absatz nimmt Bezug auf ein Ritual. Das erklärt nicht, warum die Rüstung aufgeteilt und mit den Stehlenstücken versteckt wurde. Vielleicht war das Teil des Rituals. Wir müssen die anderen Stehlenstücke finden. Bist du bereit? Ja. Wenn wir die gefunden haben, finden wir auch die restlichen Teile. Ich gehe auf die Suche. Selbst wenn alle Stücke an ihrem Platz sind, könnte uns ein Teil der Bedeutung verborgen bleiben. Ich glaube an dich. Oh, du wirst nicht glauben, was hier steht. Von den Urgöttern. Urgötter! Das ist interessant. Das ist sehr alt. Könnte nur ein Gebet im Namen des Kriegers sein. Das dachte ich auch zuerst, bis ich das hier gelesen habe. Es gibt noch mehr? Hier wird über das Auslösen eines Rituals gesprochen. Ritual? Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass wir erst die Stehle vervollständigen müssen, damit etwas passiert. An welchem Ort befindet sich das fehlende Stück? Der Text ist schwer zu verstehen. Es ist eine Art Warnung. Sei vorsichtig, wenn du das Grab des Orion erkundest. Das werde ich. Also los. No, no. 500. 25.000. Auf der Jagd nach Phantomen. InschIP. Jemand wieder. O-M-Racksна-Netz. Was ist das? Nein! Aber da ist einfach. Es ist irgendwo R對了! Warumλα connected? Ja囉... 05! Da hin... und querfeldein... Irgendwie... Aber ich denke mir, dort wird es noch ein paar mehr Orte zu erkunden geben... Oh, scheiß Handy... Ich muss auch mal eine Stunde ohne Handy gehen... äh, da, genau... Wie so ein kleiner Räuber, oder, mit diesem Helm? Von hinten... Äh, mein Pferdchen kommt hoffentlich wieder von vorn... Hey Junge, hast du Jagdwusch gefressen, oder was ist los? Moment... Ich meine, so weit querfeldein... Irgendwo in die Gebiet reinzugehen, ist jetzt irgendwie so meine... Das, was ich super geil finde, aber na gut... Lass uns mal waschen... Hoffentlich lohnt sich das... Aber hoffentlich gibt es irgendwas Fettes, was richtig krasses... Was ist denn da los? Ups, ist da lang, was ist da los? Wo angeditscht? Äh, ein... So, eine Jägerin wieder... Von... Oh, jetzt komme ich ran... Na, okay... Ich brauche... Einmal aber eine Lüge... Mal schauen, wie groß der Radius ist... Das war hier ganz viele... Zwei ganz viele... Oh! Die haben ein bissl gewildert hier... Oh... Okay, wir sehen mal was Neues auf der Karte. Okay, ein Bär. Wir haben gerade keine Lust auf solche Schmerzen. Reinen Viecher. Kannst du mal mitnehmen, was willst du? Okay, warte mal hier, ein kleines Dörfchen. Baunhof. Dann sag's mir. Willst du mal Kunden oder nicht? Pass mal ein. Der Raab. Komm hier. Ja. Hier wahrscheinlich. Ja, hier wird der Angang sein. Zurück halten. Ja, ja, ja. Ein Fragment. Das bringt es mir dann. Ist mein Pferdchen noch da? Gut, dann was sagt... Oh, hier ist ein großer Ort oder was? Ah. Okay. Ja, dann möchte ich auf jeden Fall... ...Ein Reisepunkten holen. Mit jedem. Dann müssen wir langsam reiten. Na gut. Na gut. Ja. Ordentlich. Brauchst du's anfühlers? Okay. Na gut, ist mir jetzt erstmal egal. Gut, ich sage, fuhr den Schnellreisepunkt. Dann machen wir so die Quest weiter und dann können wir die Stadt hier immer noch ausrauben. Ausrauben ist mein Glück. Hier sind wir noch. Lassen wir ab. So, jetzt kann ich mal kurz das Handy gucken. Was da jemand von mir wird. Gut. Gigerus würde wir ein bisschen verbessern. Achso. Achso, das richtige Knöpfchen drüben. Mehr, mehr, mehr. Wormschon. 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 So. Jetzt ab. Jetzt ab. Hohohohoho. Der hat euch im Scheitel gezogen. Du vom Kult oder wer bist du? Ich habe ein bisschen Angst. Wann kann ich den Icarus nie benutzen, wenn ich auf dem Pferd reite? In den Söldner war es ja nie. So, jetzt sind wir gleich am Grab. Jetzt ist Icarus wieder da. Hey. Zwei Eingänge. Geh mal kurz hier wochen. Richtig. Komm ich hier wieder raus. Gut, dann gehen wir mal rein. Ründen. Lang... Oh. Was du auch suchst, du bist zu spät. Sie sind alle weg. Tod oder wahnsinnig? Ich verstehe nicht. Wer hat dir das angetan? Ich verstehe es selbst nicht. Meine Brüder und ich wurden von diesem Ort angezogen. Dann griff der Wahnsinn um sich. Wir kämpften um ein Artefakt. Einer nahm es und rannte davon. Ein Stehlenstück? Durchsuch die Höhle. Dort verstecken sie sich. Doch sei vorsichtig. Sie sind verrückt. Ähm... Steigmarkt. Okay, ich möchte mir trotzdem die Stähle mal holen. Da ist der Rückweg wahrscheinlich. Nein. Oh, das ist so was habe ich gemacht. Was? Oh. Du... Du kriegst eine... Wetter ist wie jung. Ist sie. Ein... Schöner... Oh, hier ist ja schon. Ah. Wetter! Das brennt! Wenn ich so ein bisschen rum mache, dann... Ah. Dann brauchen wir den Augenblick. Guck mal mal, ob es hier noch etwas gibt. Da gehst du aus dann. Okay, dann haben wir dich. Ähm... Ja... Oh. Oh, die brennt nicht weg. Oh, der macht's weh. Guck mal, ja. Guck mal, ja. Oh. Oh, die brennt nicht weg. Oh, so eine kleine. Gut. Wie sicher hell. Oh. Oh. Guck mal, haben wir. Irgendwas, hier ist noch was. Ah, hier die Spinnen. Gab's noch was? Oh, eine große Kiste. Jo. Ein Eschenbogen. Uah. Hey, geh mal bitte hier lang. Eigentlich ist das glaube ich zwei, zwei Schwellen hier drinnen noch. Uah. Hey, geh mal. Ich brenne. Wunderbar, die. Hackelritte. Oh, hier ist noch eine. Ja komm, ich geb hier raus. Versuch's. Habe ich jetzt gar nicht mal so einfach jetzt. Ja. Ja. Weg nach draußen zu bin. Hier war glaube ich irgendwas zum Spinnen. So. Achso. Guck mal. Okay. Achso. 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 So, das müsst ihr. Achso. Genau, okay. Achso. Söldner... Ego, das geht noch nicht. Jetzt? Ich kann wissen, wer du bist. Hm, der Meister, naja. Heal hat er nicht, wenn er irgendwie einen gelben Gegenstand gehabt hätte, okay, aber so. Ist mir das wurscht. Find und Töte die Wahnsinn an. Ah, jo. Sind ja noch 100 Meter. Das Outfit passt jetzt. Hm. So in der Töne. Das macht Sinn. Wenn es da eine gibt. Das war Wahnsinn. Ja, die Küste. Das ist ja nice. Wie ist mich denn? Kann aber schon gar einfach reinrinnen und die umrotzen. Auf wem rauch ich denn eins? Die Götter sprechen durch mich allein. Du kannst sie nicht haben. Ja, Brinne. Ja, Brinne. Bam, bam. Wurden sie irgendwie von der Stähle beeinflusst? Uh, die Stähle habe ich. Die Stähle hat ja auch nicht. Hier ist gleich noch ein Ort. Das ist das hier. Hol mal den noch ganz schnell. Kleiner Katzenspugel herunter. Junge, das hat so gehört. Das Moped hat ein Mikro ausgeladen lassen. Auch nicht verkehrt. Gefangen? Jetzt ist es wahrscheinlich ja drin. Ich habe keine Angst vor den Leuten. Ich brauche nicht viel lernen. Oh scheiße. Jetzt sollte ich mich doch ein bisschen benehmen. Ja, ich sollte abholen. Wenn wir da eine angriffen, meine ganzen Lebenspunkte. Der Heft. Wer bist du denn? Ich brauche noch jemand gelbes. Ich brauche noch jemand gelbes. Ich brauche noch etwas. Gerade nicht. Ist mir egal, ich hol es einfach. Dann haben wir das Gebiet hier auch soweit. Okay. Weil den Rest machen wir dann immer. Äh, in Theben sind. Jetzt können wir nicht einmal bleiben. Ich brauche noch nichts auf den sparen... Ich brauche noch. Ich brauche noch das Geld. Ich brauche mir das Geld zu halten. Ich brauche nicht zu schaden. Ich brauche mir das Geld zu sagen. Warte mal, ich brauche mich zu. Der macht's knack. Jo, mal schauen ob das das letzte Stück war. Oder ob man noch mehr grinden muss. Hackel anmachen, da sehe ich ein bisschen was. So, hallo. Die Überlieferung könnte wahr sein. Uah, ist das etwa Blut? Ansonsten ist es unbeschädigt. Einige behaupten es würde zu ihnen sprechen. Was hätte diese Kraft? Seltsam. Ich höre nichts. Und du? Geschwätz von Verrückten. Vielleicht verrät uns das nächste Stück mehr. Das muss gründlich gereinigt werden. Hoffentlich sind die anderen in besserem Zustand. Ich werde die fehlenden Stücke suchen. Dann werden meine Kollegen endlich zuhören. Das Ritual soll etwas auslösen. Aber was? Was wird geschehen, wenn wir alle Stücke beisammen haben? Werden wir zu einem Schatz geführt? Einiges lässt sich nicht übersetzen. Dieser Absatz spricht von würdig. Hm. Was noch? Nun, dieser Absatz spricht von einer inneren Vision. Aber die Bedeutung erschließt sich mir nicht. Es ist fast übersetzt. Warum freust du dich nicht? Du sagtest, die anderen hörten etwas. Sie glaubten, angesprochen zu werden. Ich höre nichts. Ich fühle nichts. Ähm. Es ist ein bedeutender Fund. Das waren deine Worte. Was kümmert dich, was andere sagen oder fühlen? Ich weiß. Aus logischer Sicht verstehe ich, dass er bedeutend ist. Aber was, wenn ich ihn nicht erfahren kann? Und dieses würdig. Was, wenn ich nicht würdig bin? Was, wenn die Götter unser nicht würdig sind? Hör zu. Wir sind noch nicht fertig, oder? Also warte ab. Du hast recht. Klopf dir den Staub ab und konzentrier dich. Du hast recht. Suchen wir weiter. Dieses Mal erwarten dich zwei Orte. In der Stadt Orchomenos findest du in der Nähe des Hafens einen Tempel. Das andere Stehlenstück ist schwerer zu finden. Entlang der Küste verlaufen Ruinen. Suche dort, nahe des Altars der Ephigenia. Nun gut. Und Kopf hoch. Wir haben es fast. Die letzten beiden. Ja und dann gibt es auch ein Level ab. Okay, dann zeig mal. gut begibt dich hinten gut wir kommen noch sehr schön hinter dem schutz beim schmied muss ich mal machen ein bisschen ressourcen vielleicht super teuer und das hier wird ja noch bis 10.000 gut dass ich meine ganzen sachen waffen et cetera jetzt mal vertraut wo leute herrion was auch immer das ist lebt wieder die animiert da kannst du mal bitte offen weg zu rennen was ist denn das na gut kann ich verstehen wenn ich da mit dem pferdchen da runter heute wir sind jetzt schon mehr ort hier ja dann reiten wir erst mal da nach oben leupt etwas Hier machen wir noch einen kleinen Zwischenstopf, stopp, stopp. Wir haben wahrscheinlich eine krasse Feststellung oder ein Ort. Schöner, ich bin schümmert, ist ein Banditentüberfall. Okay eins eins eins. Eins, ich bin schlümmert. Gut, dann haben wir doch alles. Rutsch. Kannst du mal bitte ab? Ah, so starker. Weg mit dir. Ah, ich kann so nicht blocken. Nice. Uh, warte. Okay. Bis das hier oben, dann hau ich einfach mal ab. Warte. Hihi. Hier sind wir hier, kriegst du ein Tritt in die Nose. Dann machen wir den Tritt. Dann machen wir mit dem Dolch einen anderen Tritt. Oh. Ne, Loot. Okay, dann gehen wir weiter. Dann tu die mal ärgern. Warte. Ja, holen wir. Batsch. Haben wir mal ins Gehirn reingepickt. Was? Ähm. Erkunde das Ufer. Da. War wahrscheinlich nicht da, oder was? Ich bin jetzt Frosch. Achso, ein Unterwasser-Tempel. Ja, der wird mir hier... ...eventuell angezeigt. Also ein Unter-Tempel. Unter Wasser-Tempel. Oh, ich sag, wir schwimmen mal hier, ne? Kann doch irgendwie mal Erkundigungsgebäude. Das ist gut. Ah, guck. Ein Schatz, muss ich sagen. Okay. Aber es wird wahrscheinlich immer noch verschlossen. Und... Ich gehe dann mal wohnen. Ah ja, das sieht doch noch Tempel aus. So. Mal gucken wir denn. Moment, aufsammeln. Aufsammeln, hier sehen wir. Aha. Mal gucken. Bist du wahrscheinlich die Droh, die ich brauche. Hoch, 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 hoch. Gut, das war jetzt Teil 1. Oh, das ist lecker, die Hölle. So, Moment. Ja, das haben wir das, haben wir... Ne, ne, ne. Ah, wer geht dich zum... ...Hinten sagt... ...da. Ähm, hm. Ach, ich habe eine Quest. Okay, die sind aber... So. Also das heißt, hier hin und dann da rüber. Die Goldene Mitte. So. Also das heißt. So. Der ist ein Rücken. Der ist ein Rücken. So. Wenn der dritte kommt. Sie sind mal im Großen. Hölle. So. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Komm ich jetzt eigentlich wieder in die Stadt, ja. Da war ich mein Pferdchen, dessen Namen ich vergessen habe. Mal versuchen nicht umzubringen. Oh ja, Vorsicht, Vorsicht. Oh. Das sah gefällig aus. Okay, man soll nur, der ist mir wahr. Enteilt legal. Da sind wir ja schon. Ja, das ging schneller als gedacht. Ja, also Schnellreisepunkt. Das wird ein Festum hier sein. Oh, wow. Ihr Arschkrampen. 25 Raubtiere. Überlebt. Ah, war kein Headshot vorhin. Dann holen wir das schnell. Tempel. Tempel, das abfallern. Mal wieder ein Tempel. Okay. Okay. Oh, da sind Ubi hier nicht sein. Äh, zack. So, kann ich was drehen. So, kann ich was drehen. Gut. Die Reise weiter. So, entweder ist das ein ganz kleines Lager oder ich wehrte den Orchids. Ah ne, das ist was Haus von irgendjemandem. Haus von Pindar. So, gib mir schnell die Kiste. Hier ist ganz unten. Fangen wir an. Zack! Was ist denn? Die Ziegenker ist ein schön. Zack. Oh. Ich helfe 3, Mann. sehr schön diese aufgaben lasse ich erst mal liegen der langhaarigen jemand kam mir zuvor ich sollte mir das genauer ansehen ein abgenutzter schal ich suche nach jemandem mit zerschlissenen kleidern diese gefäße zerbrachen vor dem feuer antike und wertvolle relikte wurden in dem tempel aufbewahrt der misskerl brannte ihn nieder und bediente sich das feuer sollte ihre spuren verwischen der kerl rannte in richtung der stadt und hatte unsere heiligsten relikte bei sich bestimmt ist er im bettlerviertel so wie er aussah aber er sollte mich eigentlich in ruhe lassen mal ich habe nur einen kopf ähm schuldige sind wir da hinten oh die sind alle angeseilt sagt man das so angebunden hier unten ist die kiste wie auch immer man anliegt ist seine kleidung ist zerschlissen und die farbe passt alles abgenommen voll abgehmetzert rostimikänische rüste 26.000. Gut, soll ich jetzt zurück zum... Äh, äh. Kann ich, ne? Äh, Quest, Quest, Quest. Wie hieß sie? Krieger war es nie. Guck mal, ich kriege... Äh, 5 lilane Sachen. 5 lilane Sachen. Wo war er hier unten? Ich war eh ne Quest, schon wieder ne ganze... ne Folge rum. Oh, hallo, hallo. Komm her. Hier ist es frech. Äh, das Pferd ist echt frech. Dafür werde ich mal... ... oder Verknochen knappen. Oder? Hat das Pferdchen ein Glück. Oh, hier ist er ja schon, ne? Lass mich doch bitte runter, danke. Platz da, hier kommt ein Perser, eine Perserin. Warte, dass sie es nie anzünden. Leute da. Kann vorbeigehen. Huch, angezündet. Warte. Ist wahrscheinlich wieder ausgegangen. Oder ich hab's nicht mehr richtig... So, dann, äh... ...äh... Was gibt's denn hier? Achso. Ich habe die letzten Stählenstücke. Und außerdem alle Teile der Rüstung. Ich kann kaum an mich halten. Dies ist ein bedeutendes Ereignis. Urgötter. Würdig. Innere Vision. Was kann das alles bedeuten? Das werden wir wissen, sobald du fertig übersetzt hast. Ja, du hast recht. Die Stähle muss zusammengesetzt werden. Komm! Dies ist der Höhepunkt einer großen Entdeckung. Werden die Götter zu uns sprechen? Was werde ich sagen? Was werden sie sagen? Ist das überhaupt wichtig? Vielleicht wenn du vorliest. Ja, ja. Nur jene, die eine innere Vision besitzen, ein Geschenk der Urgötter, werden würdig sein, die Kraft des großen Dipsii zu führen. Dipsii? Was soll das bedeuten? Das ist unglaublich. Ich verstehe nicht. Es scheint sich nichts getan zu haben. Der Ort ist noch derselbe wie zuvor. Sieh dich um. Ich sehe nichts. Was siehst du? Was im Auge? Rein gar nichts. Ich habe nur Staub im Auge. Wirklich? Wir sind schon ein Gespann. Ich schäme mich, weil ich mehr erwartet hatte. Wissen ist Belohnung genug. Genau so ist es. Immerhin bleibt mir diese Entdeckung. Aber dir, Söldnerin, bleibt nur die Rüstung. Es ist eine gute Rüstung. Weißt du, was ich glaube? Du solltest deine Reise fortführen. Wirklich? Hm. Nun, ich könnte anderen Hinweisen folgen. Mach das. Wir könnten... Ich hätte dich gerne in meiner Mannschaft. Wirklich? Muss ich dafür schwimmen? Weil ich das nicht kann, wie du weißt. Und was ist mit Pferden? Da spielt mein Rücken sicher nicht mit. Uns fällt schon was ein. Das ist das Deck schrubben. Okay, ein paar Drachen. Gip, 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 gip. Restaurierte Hüfte im Stiefel. Ich kann nicht agieren, interagieren. Okay, ein mechanischer Helm. Lass mal schon reingucken. Okay. Dann, mal auf. Ja, gibt alle Werte nach oben. Ja, den Rest mach ich dann mal. Okay, dann haben wir wahrscheinlich jetzt alles. Sinds von Persien, genau, genau, genau. Ja. Gut, dann... Die Zeit ist langsam um. Hm, dann würde ich sagen... 1, 2... Hier ist wahrscheinlich ja... Was wird ein Festung sein? 1, 2, 3... Kriegen wir noch hin, die Folge? Und dann wird wohl Feierabend sein. 1, 2, 3... 2, 3... 3, 4... Und wo hinter mir war das? 5... 5... 5... 5... 6... 6... 7... 10... 7... 7... Ja, das Stückchen kann mal laufen. Oh, der hat's gut. Da kann man sich ausrufen. Hier ein kleines Türmchen, die die Banditen besetzt haben. Der einsame Turm. 1, 1, 1. Gibt mir die... Gibt mir die hier ein kleines Türmchen? Mal rüber. Und du mal von oben. Kannst du bitte? Oh, wow. Hier ist noch 3. Eine schöne Adrenalin-Punkte-Groß. Fertig abmeucheln. Was ist das? Hoch, hoch. Richtig hin. Gut, dann gib mir das gute Ding. Hallo. So. Uralte Tafeln. Dann geht es weiter nach drüben. 400 Meter, dann... nochmal das Pferdchen. Der kann ich nicht mitnehmen. Ah. Kack. Ja, ja. Mach was du willst. Epona. Hallo. Oh, was soll. Und jetzt zicke. Hier in der Höhle. Alphatier. Hier ist das Alphatier. Hier ran. Ich sag ja. Da geht es ganz gut. Schaden rein. Bei den Bieren. Komischerweise. Da reiße ich mal Leder. Nice. Und dann gehen wir hier in den Bergpandas. Oder Bergpandas. Oder da unten. Holzbau. Nice. Erstmal krass, wie schnell die Zeit in dieses Spiel verfliegt. Oh. Achso. Achso. Vielleicht ist es das einfachste, um dem Weg zu folgen. Jetzt hier hoch. Oder den Weg folgen. Ah, Wasserfall. Und dann den Wasserfall hoch. Dann werden die Buchsen wieder sauber. Aufstehen. Eine Höhle. Eine Höhle. Wer bewacht. Na komm, sag. Höhle des Kratos. Okay. Anführung. Freikiste. Das ist eine random Kiste. Hoffentlich finde ich sie. Ähm. Jetzt ist es. Okay. Ein bisschen heller da unten. Ein bisschen heller da unten. Oh. 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 Oh nein. Oh. 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 leckt ja wie hölle hier wohl das spiel so alt ist mit dem einen oder anderen stelle und rechnen die kletze unter dich bitte entsprechen und ich glaube ich mag es oder so so da unten ist die christ Mir fehlt jetzt noch eine. Zwei. Hoffen wir mal, dass mein Skill mir jetzt hier weiterhelfen kann. Ah, falsche Seite. Komm mal. Da geht's noch weit. Alakka. Guck mal. Na, er lebt noch. Nicht mehr. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt hier. Weiter geht. Noch eine Kiste geben könnte, oder es ist wieder ein Seiteneingang oder Ausgang. Ja, jetzt ignoriere ich jetzt alles. Vielleicht kriege ich es auch von hier markiert. Nicht. Von der Seite. Na gut, dann probiere ich mal von der Seite aus. Icarus. Komm, gib ihn mir. Gib ihn mir. Auf der anderen Seite. Krass. So über mir, ne? Ja. Da. Oh, ho, ho, ho. Gut, von der Höhe. Wir kommen ein bisschen höher. Ja. Ja. Okay. Okay... Pflicht. Ah, hinten in der letzten Ecke versteckt, das hatte ich auch. Geh meinen. Hier, ein Attentäter, Gute. Gut, Leute. Wir sind durch. Beim nächsten Mal... Ich kann... würde ich sagen... Genau, wir gehen nach Theben. Ein bisschen was zu machen. Drei, vier Sachen. Fünf. Gehen wir mal einmal so rum. Dann machen wir eine Hauptquest. Mal schauen, eine blaue... Irgendwas. Zwei. Ich glaube, von neben mir sind irgendwelche... Selbsterstellten von der Community, glaube ich. Das ist da. Wie ein Krater. Mit welchen... Genau, mit dem Vater. Mal was. Mal was. Mal finde... okay. Achso, genau. Ja, ja. Ja, ja. Ja, machen wir erstmal hier oben weiter. Genau. Also. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Alles Check det. Ford robỏ郁. Haltes Runen derчик, place' nachde stand. Klassen mit deinen Schouts und Frage sausuar und da ist leichter.